Hallo allerseits. Ich habe mich mal schick gemacht. Ich stehe in Floyd, Iowa. Ich habe gestern einen Traktor geladen, wieder einen 9620X von John Deere. Ich hatte gestern einen verrückten Tag und jetzt stehe ich hier und warte auf ein Permit. Es ist jetzt 9 Uhr, Freitag, der 1. Oktober. Wir haben Oktober. Ich bin auf dem Weg nach Hause quasi. Eigentlich könnte ich schon seit zwei Stunden fahren, wenn ich denn ein Permit hätte für Minnesota. Minnesota ist von hier ungefähr 45, 50 Minuten weg. Und ich habe noch keine Permit, weil gestern Abend war es so spät, dass bei mir in der Firma keiner mehr war, der ein Permit beantragen konnte. Und deswegen bin ich nur bis hierher gefahren. Ich habe heute halbwegs ausgeschlafen. Permit ist beantragt. Ich habe hier mein Handy und warte die ganze Zeit, dass eine E-Mail kommt. Dann werde ich meine Abfahrtskontrolle starten, mein Logbuch starten und dann geht es los. Und bis dahin gucke ich einfach so durch die Gegend. Nicht viel zu sehen. Es ist relativ leer auf dem Truckstop. Es ist natürlich morgens 9 Uhr. Vernünftige Fahrer sind alle unterwegs. Nur die Faulen stehen immer rum. Ich kann ja noch mal kurz die Ladung zeigen, obwohl es ein bisschen windig ist draußen. So, habt ihr ja auch schon mal gesehen. Ist ja auch nicht mehr der erste. Wie gesagt, ein 9620X. 620 PS. Ich musste den dann gestern hier hinten auch noch ein Stückchen hochfahren. Wieder das übliche Spiel, damit die Gewichte besser passen. Ja, so ist das halt. Es ist immer ein schöner Klopper. Und hier riecht es wieder nach frischen Gummiketten. Immer noch keine E-Mail. Naja. So, dann ist mir gestern beim Laden bei John Deere auf dem Hof. Ein Airbag geplatzt am Truck. Der Traktor war auf dem Trailer drauf. Und dann muss man ja immer hier dieses Neck abkoppeln, damit der Traktor rauf fahren kann. Habe ich ja auch schon mal gezeigt. Dann habe ich das Neck wieder ran gemacht. Und dann fährt man ja noch mal raus. Und dann senkt sich das Neck halt richtig weit runter. Dafür gibt es halt hier diese Rampen, die vorne mit so ein paar Rollen. Diesen Rollen sattelt man dann quasi das komplette Teil auf. Und weil der Traktor so schwer ist, der Traktor selber wiegt 57.000 Pfund und ein bisschen, ist natürlich das gesamte Ding super schwer. Und es ist echt anstrengend, dieses Neck dann hochzuheben und den ganzen Trailer anzuheben, sodass man da ankoppeln kann. Dazu macht man natürlich die Luft raus. Man lässt die Luft komplett raus aus der Air Suspension. Man hat ja hier diese Airbags. Die lässt man raus. Iiiiih. Iiiiih. Ja, ist nur fett von der Sattelplatte. Ist jetzt nicht so schlimm. Hat keiner hingepupst. Ja, und dabei beim Hochpumpen, also man lässt die Luft raus, man fährt runter, koppelt an und dann pumpt man hoch. Und das dauert einen Moment. In der Zeit bin ich auf die Beifahrerseite gegangen, hab da in meiner Werkzeugkiste was gemacht. Und in dem Moment gab es einen riesigen Knall. Und da ist mir hier dieser Airbag geplatzt. Ich hab ein paar Fotos für Instagram gemacht, wer das gesehen hat. Bei Instagram. Ansonsten hab ich gestern nicht gefilmt, weil in dem Moment ist mir dann immer nicht nach Filmen. Das muss dann immer alles schnell gehen. Und ich hab dann halt mit Trick 17 die Luft von diesem Airbag abgeklemmt, sodass die anderen noch funktionieren. Und bin ein paar Kilometer weiter zu einem Freightliner Dealer gefahren. Zu einer großen Werkstatt. Und die haben mich auch super schnell dran genommen. Innerhalb von einer Stunde und zehn Minuten war ich da komplett bezahlt wieder draußen. Und ja, haben sie mir den Airbag gewechselt. Das hat richtig gut funktioniert. Und jetzt bin ich ab sofort bin ich Freightliner Fan. Da ist nämlich noch an dem Truckstop ist noch ein Boss Shop. Und ein Boss Shop ist einfach nur eine freie Werkstatt, die alle möglichen Reparaturen machen bei allen möglichen Marken. Und da hab ich vorher angerufen und die haben gesagt, drei bis vier Stunden Wartezeit. Dann bin ich zu Freightliner gefahren. Ja, gib uns mal zehn Minuten, dann kannst du in die Werkstatt fahren. Und wie gesagt, eine Stunde war ich wieder raus. Ja, passiert. Was soll ich dazu sagen? Das letzte Mal ist es mir im Winter passiert mit dem Airbag. Das war auf der rechten Seite. Diesmal war es jetzt auf der linken. Ich muss mal nachgucken in meiner Maintenance History. Ich glaube, ich hab jetzt drei Airbags schon gewechselt mittlerweile. Also weiß man quasi, wann der nächste kommt und welcher das ist. Oder ich wechsle den mal selber auf prophylaktisch, wenn ich dazu komme. Mal schauen. Ja, so ist es passiert. Gehört dazu. Ist glimpflich ausgegangen auf jeden Fall. Als ich da geladen hatte und mir der Airbag geplatzt ist, stand ein Truck von TMC neben mir. Der hat beim Ankoppeln ein Elektrikproblem mit seinem DEV-Tank gehabt und konnte gar nicht mehr fahren. Der musste dann abgeschleppt werden. Also da bin ich mit meinem Airbag noch richtig glimpflich davon gekommen. Naja, und das hat dann halt dazu geführt, dass meine Fahrzeit langsam abgelaufen ist. Weil man darf ja nur eine bestimmte Zeit arbeiten am Tag. Und die Zeit läuft halt runter. Egal, ob man fährt oder nicht. Wenn man stundenlang in der Werkstatt sitzt oder da irgendwie so rumspielt, dann läuft halt die Zeit davon. Deswegen bin ich heute nur noch bis hier gekommen. Was aber nicht schlimm ist. Könnt ihr ja sowieso nicht weiterfahren, weil ich kein Permit habe für Minnesota. Ich hoffe, dass hier demnächst gleich bald ein Anruf kommt oder eine E-Mail. Und dann geht's los. Dann habe ich noch 900 Kilometer bis zur Grenze nach Manitoba, bis nach Kanada rein. Und da muss ich 20, nee, 30 Minuten nach Sonnenuntergang muss ich aus Nord Dakota raus sein. Wegen dem nächsten Permit. Sonnenuntergang ist 18 Uhr, nee, 19 Uhr. 19 Uhr. Also bis 19.30 Uhr muss ich aus Nord Dakota sein. Es wird sehr, sehr knapp. Und dann wendet der Fahrt nämlich noch die letzte Folge Anekdoten auf. Und dann war es das auch für dieses Video. So, mittlerweile bin ich schon ein bisschen am Fahren. Es hat zweieinhalb Stunden gedauert, bis die Permits kamen. Und ich schaffe es heute nicht mehr nach Hause. Ich schaffe es heute nicht aus Nord Dakota raus. Und bevor dann der Zapfenstreich einsetzte, Curfew, die Zeitbeschränkungen in Nord Dakota, halbe Stunde nach Sonnenuntergang, darf man Oversize dort nicht mehr fahren. Und ich schaffe es nicht. Ich komme vielleicht bis Fargo oder vielleicht auch bis Grand Forks, aber nicht bis zur Grenze. Ist jetzt aber auch nicht so schlimm, dann bin ich halt morgen zu Hause. Das ist das Leben eines Truckers in Nordamerika. So, wir sind hier in Cortland, Minnesota. Auf dem Highway 14 Richtung Westen. Ich habe die Sonnenblenden hochgeklappt. Ich habe den Stuhl nach unten gemacht. Mein Captain's Chair, meinen Sessel. Den ganz nach unten gemacht. Ich habe die Scheibe geputzt, als ich losgefahren bin. Ihr habt jetzt schon wieder ein bisschen leichte Insekten-Partina. Und das alles nur, damit die Sonnenblenden-Polizei mich nicht verbal verhaftet. Schöner Square Body. Ja, ja, wie kann ich nur minutenlang mit der Sonnenblende runterfahren? Das geht ja gar nicht. So, ja, ich habe auch einen kleinen Steinschlag in der Scheibe. Das ist kein Insekt, das ist ein Steinschlag. Ich werde mal zusehen, dass ich den morgen repariert kriege. Das ist ein bisschen größer als die letzten, die ich ganz gut repariert habe. Ich bin mal skeptisch, ob ich das überhaupt schaffe. Lassen wir uns mal überraschen. Na, will der Truck jetzt raus, oder was, oder was, oder wie, oder wo? Nicht jetzt rausfahren, nicht jetzt rausfahren. Danke, sehr nett. Oder steht der da zum Ausladen? Nein. Ich werde gleich mal bedanken, was sich nicht vor mich gesetzt hat. PKWs würden sowas machen. LKW-Fahrer eher selten. Ja, wir sind mal wieder Oversize unterwegs. Und es wird mal wieder Zeit. Für die letzte Folge der Anekdoten. Und ich habe mal wieder nichts vorbereitet. Auweia. So. Ja, fangen wir gleich an. Letzte Reihe. Letztes Feld oben. Drove with a passenger. Fuhr mit einem Passagier, mit einem Fahrgast. Mit einem Beifahrer. Oh, ein Beifahrer steht da nicht. Passagier. Ja. Absolutes Checkt. Denn das eine oder andere Mal ist ja schon meine Frau schon mal mitgekommen. Da habe ich auch Videos von. Immer nur kurze Strecken, damit die Hunde nicht so lange alleine sind. Einmal hatten wir den Sam dabei, unseren Hund. Der hat das eigentlich ganz gut verkraftet damals. Ich weiß gar nicht, warum er jetzt so mittlerweile so einen Schiss davor hat. Und vor dem Truck oder überhaupt vor allgemein dem Truck von außen, von innen ist halt ein kleiner Schisser. Tja, das war meine Beifahrerin, meine Frau. Und einmal hatte ich den Beifahrer, das habe ich aber nicht gefilmt. Also nicht, dass ich den hier mit ihm mitgefahren bin oder er mit mir mitgefahren ist. So, das habe ich nicht gefilmt. Aber vielleicht erinnert ihr euch noch dran, dass ich mal einen liegen gebliebenen Volvo abgeschleppt habe. Quasi mit einem Double Drop Trailer. Der hatte ja Motorschaden. Den habe ich aus Regina mitgenommen nach Manitoba zu seiner Werkstatt. Und mittlerweile kann ich es auch sagen. Damals wollte ich es halt nicht sagen, weil ich den jetzt nicht groß gefragt habe. Mittlerweile fährt er nicht mehr. Er ist in Rente. Und der Truck ist höchstwahrscheinlich verkauft. Denn es war einer aus unserer Firma. Es war ein Fahrer von Wildwood. Und ich glaube, der ist danach noch mal gefahren. Ich habe ihn sogar mal getroffen unterwegs. Da hat er aber immer noch Schmerzen in seiner Schulter gehabt, weil er sich nämlich auch in der Schulter verletzt hatte. Und es ging dann so weit, dass er dann irgendwann gesagt hat, so, ja, ich bin eh kurz vor der Rente. Es lohnt sich alles nicht mehr. Ich weiß auch nicht, ob er den Truck repariert hat. Ich hatte danach dann keinen Kontakt mehr mit ihm. Auf jeden Fall ist der mal einen Abend lang mit mir mitgefahren. Und dann haben wir in Brandon nochmal übernachtet, weil meine Fahrzeit ablief. Er hat im Hotel geschlafen. Ich habe hier im Truck geschlafen. Und am nächsten Morgen habe ich ihn dann zu seiner Werkstatt gefahren. Das waren meine Passagiere bis jetzt. Meine Frau und der eine Trucker. Ansonsten, glaube ich, habe ich noch nicht weiter Passagiere dabei gehabt. Ich bin ja auch nicht scharf drauf, muss ich mal dazu sagen. Ich liebe es ja, dass man hier so tagelang alleine ist. Ich habe gerne meine Ruhe. Kann ich machen, was ich will. Ich kann Podcasts hören, Musik hören, was auch immer. Ich kann mir meine Zeit einteilen, meinen Tagesablauf. Ein bisschen so einteilen, wie ich das möchte. Und einen regelmäßigen Beifahrer, weiß ich nicht. Es gibt ja dieses Modell der Teamfahrerei. Der Heiko macht es ja mit seiner Frau mittlerweile jetzt. Also, naja, in der Firma, in der er jetzt fährt, fahren die wieder zu seinem Team. Das wäre nichts für mich. Also, hat nichts mit meiner Frau zu tun oder so. Aber es wäre halt einfach nichts für mich. Und für meine Frau wäre es auch nichts, weil sie fährt ja auch nicht so gerne Truck, dass sie jetzt sagt, sie würde die gerne die ganze Zeit hier mitfahren. Oder vielleicht sogar selber fahren, um Gottes Willen. Das will sie überhaupt nicht. Also macht das alles keinen Sinn. Ich bin auch ab und zu mal, bin auch hin und wieder mal gefragt worden, ob ich Passagiere mitnehme, wenn jemand aus Europa hier zu Besuch ist oder so, ob man da mal eine Runde mitfahren kann. Leute, die ich nicht kenne oder sowas, schon mal gar nicht. Diese Straße ist aber auch echt schlimm hier und ab jetzt wird es so besser. Boom. Ach, so schön. Ja, es ist ein bisschen blöd, wenn man den Sitz, die Luftfederung komplett rausgemacht hat und quasi hart auf dem Boden sitzt, dann kriegt man halt jeden Schlageinseln mit. Aber was tue ich nicht alles für eure perfekte Aussicht? So, checkt für den ersten Punkt, würde ich sagen. Drove with a passenger. Zweite, nochmal drove. Drove through a national park. Ja. Sollte es auch das ein oder andere Video von geben. Der eine große Nationalpark, der mir jetzt einfällt, es gibt vielleicht auch noch den einen oder anderen, den ich jetzt gerade nicht im Kopf habe. Ontario wird es bestimmt auch irgendwo, das ist bestimmt auch eines Nationalparks oder so, da kenne ich mich nicht so aus. Aber der, den ich jetzt sofort im Kopf habe, ist der Yellowstone Nationalpark. Wenn man von Manitoba oder das Sketcherman aus Richtung Kalifornien fährt, dann fährt man durch Montana. Und dann gibt es die Möglichkeit, mein geliebtes Tal, das ist schon gar nicht mehr die Nummer 84, glaube ich, oder 87, dieses schöne Tal, was von Bozeman Montana Richtung Norris, glaube ich, heißt das, fährt. Da, wo Chuck Norris wohnt, in Norris Montana. Entweder man fährt da lang oder man fährt Bozeman Richtung Süden. Und dann kommt man so ein Stück durch den Yellowstone Nationalpark. Ja, ist ganz schön zu tun, den Berg hoch. Ladung ist halt schwer. Ja, ein Yellowstone Nationalpark im Sommer wie im Winter wunderschön. Im Winter war immer sehr schnell Schnee und Eis auf den Straßen. Ich glaube, man ist ja da auch relativ hoch. Und viele Fahrer haben immer gesagt, fahr bloß nicht in den europäischen Nationalpark im Winter. Das ist ja super gefährlich. Und dann bleibst du bloß stecken. Irgendwann habe ich mir mein Herz gefasst und bin dann auch im Winter da lang gefahren. War überhaupt kein Problem. Kann man schon mal machen. So, ich habe hier mal kurz meinen Motorlüfter manuell eingeschaltet, weil der ja normalerweise nach einer Minute wieder ausgeht. Aber in einer Minute, wenn man den Berg so hoch fährt, ist der noch nicht so runtergekühlt, dass er in sauberen, ordentlichen Temperaturen fährt. Also habe ich den jetzt mal ein bisschen angeschaltet und gelassen. Beobachte fleißig meine Kühlmittelanzeige. Bin jetzt bei 200 Grad Fahrenheit. Und nach 85, 190 ist normal. Und wenn man so berghoch fährt, dann geht die schon mal gerne Richtung 220, 230. Ja, du bist jetzt mal ruhig, würde ich mal sagen. Weil der hat jetzt hier immer noch einprogrammiert, dass wir hier 55 Meilen die Stunde Speed Limit haben. Und hier ist aber mittlerweile 60. Das kann man schon mit 63, 64 hier langfahren. Und dann meckert da immer rum und schreit mich an. Das mag ich nicht. Also kriegt er jetzt Redeverbot. So, jetzt sind wir mit den Temperaturen wieder im normalen Bereich. Kann ich wieder ausschalten. Muss ich nicht so schreien. So, checkt National Park. Dritter Punkt, nochmal Drove. Drove through a blizzard. Ein blizzard ist nichts anderes oder ein anderer Name als ein Wintersturm. Ein heftiger Wintersturm, ein Gewitter im Winter. Einfach ein Blizzard. Ja, habe ich natürlich auch schon des Öfteren. Hier habe ich auch das eine oder andere Video dazu geben. Es klingt immer, ich finde es immer lustig, es klingt immer spannend im Englischen. Blizzard klingt immer total wuuuuh. Aber eigentlich ist es halt einfach nur wirklich ein Neunwetter im Winter. Wind, Schnee treiben, kalte Temperaturen, vereiste Straßen. Hat man ja oft genug hier im Winter. Und ich kann mich noch sehr gut an meine erste richtige Blizzard-Erfahrung erinnern. Wo ich in Wyoming, glaube ich, oder in Montana, irgendwo da oben im Winter stehen bleiben musste, weil ich keine 20 Meter weit mehr gucken konnte. Und das ging innerhalb von wenigen Minuten von halbwegs klarem Wetter berg hinauf. Und auf einmal war quasi so Wolkengrenze und auf einmal war nichts mehr zu sehen. Heftigste Winde und Schnee treiben. Und dann habe ich mich auf den nächsten Exit verkrümelt. Bin da stehen geblieben bis zum nächsten Tag. Gibt es auch ein Video von definitiv. Und ein andermal, da sollte ich von Kanada nach Texas runter nach El Paso. Und da fährt man so quer über, nicht über Interstates, sondern über Highways, so durch Kansas und durch Nebraska, durch Oklahoma, ein Stück durch New Mexico. Und in Kansas hatte mich über Nacht ein Schneesturm erheilt. Der war irgendwie nicht so ganz, also ich habe mich damals noch nicht so mit dem Wetter beschäftigt. War ein bisschen überrascht davon. Und der hielt dann durch von Kansas bis nach New Mexico, bis nach Texas rein. Und in New Mexico und in Texas sind die mit Winterwetter nicht so richtig gut vorbereitet. Die haben sehr wenig Schneepflüge, die haben kaum Sand. Also klar haben sie Sand, aber nicht zum Streuen, kein Salz. Und da war halt echt richtig Chaos, richtig Land runter. Und das bis nach Texas runter. Das werde ich auch nie vergessen. Auf der Tour ist dieses Video entstanden, dieser sogenannte Scheiß-Rot-Tracker. Eines meiner ersten kurzen, lustigen Videos, wo ich mal die Scheiß-Rot-Tracker draus gemacht habe. Das war die Tour von Kansas nach Texas runter. Wo dann alle naselangen Unfälle waren. Umgekippte Trucks. Der eine mit den ganzen Kühen drin, da weiß ich noch ganz genau. Lagen überall tote Kühe auf der Seite. Jede Menge Wohnmobile und PKWs, die irgendwo am Straßengraben lagen, weil sie halt überhaupt nicht wissen, wie man bei so einem Wetter fährt. Ja, das waren so meine heftigsten Blizzard-Erfahrungen. Dann letztes Jahr das Ding, wo ich in Wisconsin versucht habe, hier über CB den Gegenverkehr zu warnen. Und das war auch ein richtig heftiger Wintersturm. Ja, mittlerweile bin ich halt einfach so. Und da muss ich auch mal sagen, ist meine Firma auch richtig entspannt bei sowas. Die geben mir da alle Freiheiten. Wenn ich nicht mehr will, dann will ich nicht mehr. Und dann sage ich das und dann bleibe ich stehen. In anderen Firmen, in schlechter organisierten Firmen, muss man da durchaus noch weiterfahren. Auch wenn man nicht will oder sich nicht traut oder so. Andere fahren ja auch so nach dem Motto. Also, das ist bei uns jetzt hier überhaupt nicht mehr so. Und mittlerweile fühle ich mich auch wirklich nervlich stark genug. Oder, nee, wie sagt man denn, charakterlich stark genug, einfach dann auch mal Nein zu sagen. Und zu sagen, nö, ich fühle mich hier nicht sicher. Es ist alles rutschig und glatt und alles blöd. Die fahren alle wie die Bekloppten. Ich muss mir das nicht antun. Und ich suche mir einen Truckstop, eine Rest-Area oder zur Not halt auch einen Exit und bleibe einfach stehen. Wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Und da gibt es, das bedeutet auch, man muss eine gewisse charakterliche Reife haben. Es gibt mit Sicherheit Leute, auch von meinen Hater-Zuschauern, gibt es für den einen oder anderen, ich werde jetzt keine Namen nennen, aber ich weiß genau, wer ihr hier seid, die dann wieder sagen würden, ja, ab dich mal nicht so, mimimi. In Skandinavien wäre man da ganz locker noch gefahren. Ja, ist doch schön. Wenn ihr der Meinung seid, ihr seid so cool, dann macht das. Ich bin so cool und bleib stehen. Mir ist mein Leben und meine Sicherheit wichtiger, als irgendeine blöde Ladung, die irgendwo hin muss. Das zum Thema Blizzard. Checkt! Nächster Punkt, God Lost. Ich muss ja mal dazu sagen, ich habe die Fernsehserie Lost nie so richtig geguckt. Ich habe die ersten drei, vier Folgen geguckt und dann war mir das irgendwie nichts. Im Nachhinein, was man so hört über die Serie, ist es, glaube ich, auch besser so, dass man die nicht guckt. Aber ich glaube, das ist damit nicht gemeint. God Lost hat sich verfahren quasi. Tja, habe ich auch schon. Nicht allzu oft. Weil ich eigentlich fast immer mit Navi fahre. Mittlerweile kenne ich meine Hauptstrecken so weit auswendig, dass ich theoretisch alles ohne Navi fahren könnte. Ich habe es aber trotzdem immer an, aus lauter Gewohnheit. Und falls man mal schnell irgendwie umplanen muss oder so, oder einfach auch nur, um zu wissen, wann ich wo bin, habe ich gerne ein Navi an. Wie gesagt, ist auch viel Gewohnheit mit dabei. Aber ich habe auch schon Momente gehabt und die habe ich garantiert auch auf Video festgehalten, wo ich gedacht habe, ich bin schlauer als Edmund. Weil Edmund will irgendwie ganz komisch um eine Stadt rundherum. Und das sah dann blöd aus. Und da dachte ich, nee, komm, dann mache ich anders, fahre ich anders. Und dann steht man plötzlich von der Straße, die für Trucks gesperrt ist, von der Brücke, die nicht hoch genug ist oder irgend so eine Sache. Und ja, dann muss man dann ganz klein doch wieder das Navi einschalten und sagen, ey, kannst du mich mal hier rausholen, bitte? Ich habe mich hier, glaube ich, gerade verfahren. Ich habe mich aber noch nie so verfahren, dass ich überhaupt keine Chance mehr hatte, irgendwo wieder zurückzufinden oder so. Das ist ja in den USA oder in Nordamerika generell relativ einfach mit der Navigation. Viel geht immer Nord, Süd, Ost, West. Kleinere Highways gehen so ein bisschen zwischendurch. Aber auch in Städten hat man ganz oft dieses Nord, Süd, Ost, West Prinzip. Da findet man eigentlich immer wieder irgendwo zu einem Punkt, wenn man weiß, in welche Richtung man muss. So ganz grob. Ist also auch nicht so schlimm. Deswegen würde ich sagen, bei dem Feld mache ich mal einen kleinen Haken. Ja, ich habe mich schon verfahren. Aber es war noch nie so dramatisch, dass ich jetzt irgendwie völlig verzweifelt bin oder so. Es ist auch schon vorgekommen, dass ich irgendwo aufs Navi gehört habe und dann trotzdem irgendeine Straße für Trucks gesperrt war oder so. Da muss man dann eben immer wachsam sein und immer weiter hinzugucken, aufpassen, Schilder lesen, immer dabei sein, dass man sowas halt merkt. Und eine der ersten Dinge, die man hier so lernt, ist, GPS ist gut, GPS ist hilfreich, aber niemals nur aufs GPS vertrauen. Mittlerweile sind die Dinge allerdings auch so gut, dass das Kartenmaterial richtig aktuell ist und immer wieder aktualisiert wird und so. War halt früher, also vor 10, 15 Jahren auch noch anders mit den ersten GPS ein GPS-Esser. Da war das eben nicht ganz so einfach, von daher rühren auch immer noch diese Meinungen, nie aufs GPS vertrauen. Alle kennen die Bilder, wo ein Auto im Wasser steht, weil das Navi hat gesagt, ich kann hier über den See fahren. Ja, das Navi meint aber, du sollst die Fähre nehmen. Die Fähre war gerade nicht da, also fahren sie mit dem Auto ins Wasser. Ja, hat bestimmt auch ein bisschen mit Intelligenz-Prozent des Fahrers zu tun. Wenn ich sehe, da geht es nicht lang, dann fahre ich da nicht lang. Aber wie gesagt, man muss halt auch Schilder lesen und sowas. Gerade als Trucker muss man immer gucken, ob man irgendwo so ein Truck-Verbotsschild sieht oder eine Gewichtsbeschränkung, eine Höhenbeschränkung, irgendwie sowas. Auch da gab es schon Momente, gerade immer, wenn man zu Kunden fährt und oftmals Kunden, wo man vorher noch nicht war oder so. Und das Navi sagt, okay, jetzt hier links abbiegen bitte und dann fährst du direkt zum Kunden hin. Und du kommst da an und siehst einfach, für Trucks verboten nicht mehr als vier Tonnen oder was weiß ich. Dann muss man halt schnell reagieren und ausweichen oder sofort die Situation einschätzen. Und überlegen, warum ist das jetzt hier eine gewichtsbeschränkte Straße. Wollen die einfach nur generell keine LKWs oder kommt da vielleicht eine Brücke, die dann einstürzen würde oder so. Da muss man schnell reagieren oder auch einfach mal Glück haben. So wie ich damals mit der Umleitung, mit dem Stahltank, da bin ich ja auch in die Straße reingefahren. Da stand dann beim Reinfahren habe ich gesehen, sechs Tonnen Beschränkung. Aber die war halt garantiert auch eher deswegen, weil das da eben ein Wohngebiet war und die da keine großen Trucks in dem Wohngebiet wollen. Meine Umleitung hat mich aber durch die Straße geführt und dann kam ja noch dieser frisch gebaute Bahnübergang dazu. Das war alles ein bisschen heikel, aber wir haben es mit einem blauen Auge gemeistert. Aber so eine Sache zähle ich jetzt nicht direkt zu Gottlost, zu dem Verfahren, aber heikle Situation, sage ich mal. So, letzter Punkt, dass ich nicht unnötig in die Länge ziehen. Head to turn around at a low bridge. Ja, gut. Musste vor einer tiefen Brücke wieder umdrehen. Da fällt mir ein, das müsste eins meiner allerersten Videos sehen, glaube ich. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob ich das gefilmt hatte damals in der Situation. Ich glaube sogar, dass die Situation selber habe ich nicht gefilmt. Ich weiß es nicht mehr. Das ist ja nur auch schon 400 Videos und vier Jahre her. Aber es gab eine Zeit, da hatte ich kein Navi im Truck und bin mit Google Maps gefahren. Und das ist gerade im Chicagoer Bereich ein Kardinalsfehler. In Chicago ist berühmt dafür, sehr, sehr viele tiefe Unterführungen, tiefe Brücken zu haben, die elf, zwölf Fuß hoch sind. Der Liefer ist 13 Fuß und sechs Inch hoch. Meine Ladung jetzt ist 14 Fuß und ein Inch hoch. So eine Werte müsste man dann halt schon wissen und sich merken. Und da gab es halt den Fall, ich musste irgendwo nach Chicago rein zum Abliefern. Und mein GPS hat gesagt, ich kann da lang. Also Google Maps, wie gesagt, ist ja für Autos ausgelegt und nicht für Trucks. Und hat gesagt, ja komm, fahr mal hier lang. Und dann kam wirklich ein Schild mit, ich weiß nicht mehr, zwölf Fuß oder so, zwölf und halb. Und die Brücke sah jetzt von Weitem nicht so schlecht aus. Es fuhren auch LKWs da drunter, aber keiner mit einem Reafer, mit einem großen, hohen Auflieger. Da fuhren halt so Baustellentrucks und so, Daycaps. Hier sowas, die Dinger da, die sind vielleicht auch gerade mal zwölf, zwölf und halb Fuß hoch, wenn überhaupt. Der ist ja kaum höher als die Zugmaschine selber. Der hat wahrscheinlich nicht mal zwölf Fuß. So eine Dinger sind da langgefahren. Aber dann bin ich dann mit warmen Blinker erstmal stehen geblieben. Weit genug vor der Brücke. Und habe mir die Situation angeguckt, habe auf Google Maps geguckt, wie ich da wieder rauskomme. Und dann war mein Glück, dass da eine Straße vorher ging es nach rechts. Jetzt rein, in eine wirklich schmale Wohngebietsstraße. Und die führte dann mit nochmal rechts wieder auf eine größere Straße. Oh Gott. Die hat aber... Oh, wenn ihr das jetzt spüren könntet. Die hat richtig gut gelitten, die Straße. Und das sehe auch hier nochmal. Das macht mir doch alles kaputt. Das geht doch so nicht. Ne. Und das alles ohne Luftfederung im Sitz. Ja, und dann habe ich halt mit zweimal rechts bin ich dann wieder, habe ich quasi umgedreht und kam da raus, ohne irgendwas zu beschädigen. Das Rechtsabbiegen in diese kleine Wohngebietsstraße, da habe ich auch ganz weit ausgeholt und bin da so rein, das geht so halbwegs. Aber es war grenzwertig und ich habe es vorhin gehabt. Die Frage ist dann immer, wenn man so eine Möglichkeit nicht hat, was macht man dann? Viele machen dann Augen zu und durch. Schwerer Fehler. Die Leute findet man dann immer bei YouTube und bei Facebook und so in so ein Gruppen für Truckunfälle. Da sieht man dann immer schöne Fotos oder Videos, wenn so ein Truck unter so einer Brücke festhängt. Meistens klickt dann der Trailer so ein und dann hängt der da so komplett drunter. Muss dann kostenintensiv geborgen werden. Oder die andere Möglichkeit, die man dann hat, ist dann wirklich die, die ich dann immer bevorzugen würde. Man ruft die Polizei, man ruft 911 und sagt, ey, mir ist hier was passiert. Ich komme nicht durch die Brücke, ich brauche jetzt irgendwie, ich muss hier rückwärts raus. Dann kommt halt Polizei, sperrt dann hinter einem irgendwie ab, sodass man da eben rückwärts wieder rauskommt. Und freuen die sich bestimmt auch nicht drüber, aber die sind immer noch, die machen das lieber, als dass sie dann da die Straße für Stunden sperren, um den Truck zu bergen. Ich weiß nicht, ob du dann eine Belobigungsschreiben kriegst, dass du so vorbildlich die Polizei gerufen hast. Oder ob du dann ein Ticket bekommst oder so, keine Ahnung. Hier ist es ja einmal passiert, wo der Bagger zu breit war für eine Baustelle und ich rückwärts wieder da lang musste in Kentucky. Aber auch das war ja meine Permitroute. Und da kann ich mir keine Schuld zuschreiben lassen und der Sheriff war da auch völlig entspannt. Da hat er sich dann eher schon gefreut, dass ich so reagiert habe. In der Großstadt weiß ich nicht, ob die da auch so entspannt sind, aber ja, schlimmsten Fall muss man das halt machen. Ich glaube, ein Ticket für Falschfahren und Straßesperren ist wahrscheinlich immer noch billiger als für eine Bergung unter einer Brücke mit Abschlepper oder mit sonst was, mit Schaden am Truck und an der Brücke. Ich glaube, das kommt immer teurer. So, haben wir das auch geschafft. Wir sind durch. Wir sind durch. Das waren die fünf Folgen Anekdoten. Das hat ein bisschen länger gedauert, als ich dachte. Weil ich zwischendurch immer ganz gute Videos hatte, die ich dann bevorzugt gemacht habe. Das waren die fünf Folgen Anekdoten aus dem Trucker-Alltag oder Trucker-Bingo, wie ich es am Anfang genannt habe. Dank dieses Bildes, was ich mal irgendwo im Internet gefunden habe. Einige haben ja mittlerweile geschrieben, ich soll das weiterführen und weiter Anekdoten erzählen. Ja gut, wenn mir welche einfallen, kann ich es ja mal machen. Ein, zwei habe ich schon auch im Hinterkopf, also lasst euch überraschen. Vielleicht kommt da noch was. Und ansonsten höre ich direkt auf mit dem Video hier. Ich wünsche euch noch einen schönen Rest Sonntag. Es wird wahrscheinlich jetzt übermorgen dann schon rauskommen, am Sonntag. Wenn ich morgen zu Hause bin, schnipple ich das schnell zusammen, lad das hoch. Das ist ja mal das Praktische, dass bei diesen Kopfkamera-Videos, da muss ich nicht viel schneiden. Obwohl bei dem Trucker-Bingo ist es immer mit diesen Haken da, dass es immer ein bisschen mehr Arbeit, aber das kriege ich schon hin irgendwie. Ja, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ich werde mal gucken, ob ich nächste Woche noch ein Video schaffe, weil es ist die letzte Woche vor dem Urlaub. Ab dem 10. Oktober habe ich quasi Urlaub. Und dann müsste man eine Weile ohne mich auskommen. Es wird doch keine Klassik-Videos geben oder irgendwas. Wir haben da nichts vorbereitet. Es gibt dann einfach nichts. Du musst halt wieder von vorne anfangen oder einfach mal was anderes gucken. Man kann sich auch weiterbilden bei YouTube. Man kann nicht nur so ein Quatsch gucken hier. Man kann sich auch richtig weiterbilden. Es gibt unheimlich gute Kanäle, die einem richtig viel Wissen vermitteln, was auch vielleicht sinnvoll ist. Nicht so ein Quatsch hier, was ich hier die ganze Zeit labere. Also, lest mal ein Tuch. Ich habe noch eine Empfehlung. Eine Video-Empfehlung habe ich noch. Genau, guckt euch den Kanal an. Da sind noch nicht so viele Videos. Kann man sich mal schön reinziehen. Hermann, wenn ich es verlinke, wenn ich es verlinke, wenn ich es verlinke, dann habe ich es bei Instagram schon mal kurz verlinkt. Ein langjähriger Zuschauer von mir, der mir auch schon ein paar Mal geschrieben hat, dass er zum Beispiel einen Portage Transport Truck irgendwo in BC gesehen hat oder so. Er lebt in Vancouver, fährt mit seinem Auto mal irgendwo durch die Gegend und campt und macht richtig gute Videos, finde ich. Mit Drohnen und mit Musik und allem Drohnen dran. Richtig, richtig schön und sehenswert. Schaut da mal rein und gebt ihm mal ein Abo, weil der junge Mann hat ganz wenig Abos und das ist bei den Videos, die er macht, meiner Meinung nach unverdient. Aber so ist halt YouTube manchmal. Manchmal muss man da einfach mal einen Anschubser geben. Guckt euch seine Videos an, die sind echt sehenswert. Und vor allem seht ihr mal Sachen, die ihr bei mir nicht seht, wie das normale Leben in Kanada so läuft. Ein bisschen Sightseeing, gerade Vancouver oder BC, die Berge. Jetzt, das wäre jetzt der letzten Videos, die Waldbrände. So was seht ihr halt bei mir nicht, weil komme ich nicht dazu, habe ich nicht. Von daher. Gebt ihm ein Like, wa? Liken, abonnieren, teilen. Ihr kennt das Spiel. Diesmal bei Herman the German. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Jetzt kann ich auch mal kurz hupen, weil hier ist keiner. Peace out, bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018